Ich glaube, da habe ich 3 für 2 ausgenutzt. Und dann waren sie auch noch zusätzlich im Angebot. Ich warte immer noch auf 3 für 2 für Filme, Serien. Aber Saturn hat Box 2 und 3 nicht. Uns fehlt immer noch Box 2 und 3, weil Saturn die einfach nicht hat. Wir könnten mal die nächsten holen, dann könnten wir weiter gucken. Oh, ich habe kein Geld. Alter, wie habe ich dem denn bitte den Kopf abgeschlagen? Ich komme doch gar nicht so hoch. Jo. Ich sollte gehen, wenn der die Beine breit macht, gehe ich. Ciao. Damit will ich nichts zu tun haben, du. Ich stecke mir das Schwert weg. So. Fast da, fast da, fast da. War auch mega unauffällig. Ich habe nur ein paar Biberdiepen gekillt und eine Blume gepflückt. Ich bin so unauffällig. Hexer sind immer unauffällig. Sehen ja aus wie jeder normale Straßenpenner oder so. Hey, Gregor. Ich suche Gregor. Hey, Lara. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Gerald von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Geh, spazieren. Boah, das kann ich jetzt auch wieder. Du hast deinen Wachbosten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Errechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radowitz Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Diese Woche gibt es das erste Mal dieses Jahr One Piece bei mir. Ich habe mir letzte Woche Box 10 und 11 endlich geholt. Uuuuuh. Ich glaube, ich muss mir fünf holen. Ich höre gerade auf. Die Online-Bestellungen sind da ordentlich drin. Kann es sein, dass die uns suchen, die uns der Tour noch tauchen? Hä? Ich verstehe nicht, was du meinst. Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König. Weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen. Ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es einer ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Lebt wohl. Das weiß ich nicht, warum. Kann sein, was das auch teilweise über Paypal ging. Ich weiß nicht. Finde den warmen Schuster. Okay. Schau ich, Eierboot. Tschüss. Das lohnt sich voll. Ich wollte gleich wieder in Land gehen. Ich habe für die Umsätze des Monats September rausgesucht, nach einem entsprechenden Betrag durchfasselt. Als Unsuchtbegriff. So. Ich schau ich, Eierboot. Ich meine, ich habe es glaube ich. Ich habe es Hoffnung. Ich habe es, Eierboot. Klobhabsgefunde. Boah, kein Schaufsfell. Höh! Seh nicht mit Hilfe, deine Hexas werden da noch Spuren um. Oh, Wölfe! Tote Wölfe. Ja, komm hier! Ach, da hängt der Baum fest. Oh, moin. Gute Nacht. Darf ich mich jetzt umgucken? Bitte danke. Tja, ich wusste nicht. Oh, guck mal, Schuhe. Oh, die müffeln auch Käse. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Wie viele Füße hat denn der? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist. Schuh Nummer 6. Schuh Nummer 7. Schuh Nummer 8. Schuh Nummer 9. Ja, Lara ist um hier. Schuh Nummer 10. 11. 12. 12. Ich erwarte viele Füße. 14. 15. 16. 17. Was macht er hier? 18. Schuhe glimzen. Noch mehr Schuhe. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammle nicht. Das sehe ich. Ich frage mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Klar. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Finder große, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen Mann Schuhe machen. Für Ock, Pock und Ock Schuhe machen. Okay. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große, Trolle sein. Wie Menschen. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Finde die Trollhöhle. Schuhe. Stimmt hier hinten. Gefunden. In der Nähe schußt er eine Trollhöhle. Jetzt zieht er die Trollhöhle. Mit dem Ock schlagen, Menschen übersterben. Dann schlag verdammt nochmal nicht zu. Schrei sie an, das reicht. Guten Tag. Ich wollte mich mal mit unterhalten. Schrei sie an, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wir sollen. Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen. Sonst wir warten in Suppe. Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nein. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's ne Scheißprüfung. Taler nicht gehen. Taler sitzen. Arsch unter. Taler schwanz. Unter Schuhe machen. Fluchhundetrollen. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt. Taler nicht gehen. Taler Schuhe machen. Aber ich brauche ihn. Taler hierbleiben. Du Schuhe haben. Ock Schuhe nicht haben. Rock nicht haben. Bock nicht haben. Taler Schuhe machen. Taler los. Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Seht euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaleteiten Schuhe. Schuhe Rock 4 und Rock 4? No. Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichte. Hm. Taler gehen. Aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier. Bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit. Ich bin raus. Schon dran, Kinder? Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Texans für dich. Du hast dich kann, du siehst. Du hast dich kann, du siehst. Du hast dich kann, du siehst. Du hast nur noch weißen, ich hab alter Radar. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dingsdrag. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Gerard. Der kann sich selbst eskortieren. Oh, komm, bewegt deinen fetten Arsch. Du brauchst den langsam. Oh, das ist gerade geil. Dann sitzt er so. Lara liegt hinter ihm. Er dreht sich ganz langsam zu ihr rum. Sie guckt ihn an. Und zwinkert ihn mit einem Augen an. Komm, bewegt dich, Charla. Oder muss ich die schieben? Ja, du brauchst den langsam. Ja, du bist so süß. Boah, Alter. Toller. Du siegst deinen fetten Arsch. Warum hast du aufgehört zu laufen, hä? Lauf schneller. Du siegst deinen fetten Arsch. Mach's gut. Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Ich kann wieder mal ein Tee machen, hä? Oh, Mann. Danke noch mal, Gerard. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ork und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage noch mal, Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel, es geht einfach nicht. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Oh Gott, jetzt habe ich ihn verstanden. Ich bin vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu, leider. Na gut, verstehe. Nein. Es gibt Dinge, die knabbert sie nicht an. Es gibt Dinge, die knabbert sie einfach an. Wenn du den Tee machst, kannst du mir dann den gekühlten Pfirsichtee mitbringen? Apropos den Gefallen, den du mir tun solltest. Du hast zu trinken geholt. Du warst Hehler in Wüse. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Ich hatte genug Zeit zum Nachdenken. Ich glaube nicht. Wunderschön. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Okay. Ciao. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radu Witt ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß-Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gefierteilt wurden. Keine Angst, Gerald. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Ciao, bis dann, ciao. Nie was geliehen. Easy. Du bist. Also. Ja dann, ich hatte gesagt, wir machen wieder Hautquests, ne? Nee, 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 nee. Du bist. Dein Stück zum Erfolg. Erzähl Priscilla, was du über Dudu erfahren hast. Ja, zu Priscilla. Hü! Miau. Komm schon, Plätze. Lauf, Plätze, lauf. Es regnet und es ist kalt. Boah, heute in der Sonne, es war so fach. Also ansonsten war es echt frisch, aber in der Sonne, es war so schön wahr. Ja, ja, ich hab's eilig. Warum? Und warum führt mich die Questmarkierung in die andere Richtung? Du kannst passieren, du kannst passieren. Danke. Oh, jetzt darf ich, cool. Die Lara, ne? Die kleine Kapsel. Die hat sich gestern Nacht zu uns das Bett getraut. Und dann lag sie da am Fußende und hat geschlafen. Während wir da waren. Krass, oder? Sie wird mutig, oh ja. Ist zwar immer noch gefühlt die ganze Nacht wach, aber wenn ich morgens aufstehe, kommt sie mit mir runter. Und dann bleibt sie eine Weile mit unten. Dann geht sie irgendwann wieder hoch. Dann kommt sie irgendwann wieder runter. Dann geht sie irgendwann wieder hoch. Und dann kommt sie irgendwann wieder runter. Sie macht voll die Umstellung aktuell. Sie traut sich auf die Treppe? Ja, sie traut sich wieder auf die Treppe. Als ich den Stream letztes Mal ausgemacht habe, wo sie nicht runter wollte, woran sie ja versucht hat runter zu locken, kam sie mir direkt hinterher gelaufen, nachdem ich ausgemacht habe und runtergegangen bin. Sie ist irgendwie aktuell ultra auf mich fixiert. Boah, ich geh runter? Da musst du direkt hinterher. Das war ja leicht. Ultra. Ich muss einfach nur runterlaufen, bist du hinterher gelaufen. Boah, ziemlich easy. Ja. Ich muss jetzt mal ausgehen.